So meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video. Die KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, stoppt die Wallbox-Förderung. Einige von euch werden das mitbekommen haben. Ich habe in einem oder anderen Video schon mal darüber berichtet, dass das aktuell man die Hand aufhalten kann, wenn man denn eine Möglichkeit hat, ein Haus hat beispielsweise und kann außen oder aber auch intern in der Garage sich eine Wallbox anbringen, dann kann man das so nahezu kostenneutral machen. Da habt ihr richtig gehört. Das ist wirklich so. Das wurde, wir müssen jetzt in der Vergangenheitsform sprechen, über unsere alle Steuergelder finanziert, dass sich die Leute, die in der glücklichen Situation sind, mit Garage, Haus und so weiter, eine Wallbox finanzieren lassen können durch die Steuergelder. Sprich, es gab dafür einen Zuschuss von 900 Euro. Das heißt, in der Regel kostet so eine Wallbox 600, 700, 800, 900 Euro. Gibt es verschiedene Modelle, kann man sich was Passendes aussuchen, was einem gefällt. Und dann muss ein Elektriker beauftragt werden, die Kabel richtig verlegen und so weiter, das Ding anschließen, unterzeichnen und dann bekommt man bis zu 900 Euro wieder. So, und dabei gab es schon mal grundlegend das Thema, weil ein Bekannter von mir ist da nämlich noch aktuell dran, der hat den Antrag noch eingereicht, bevor das Ganze hier ausgesetzt wurde. Der ist hingegangen und hat nämlich eine Wallbox gefunden, die kostete irgendwie 650, 700 Euro in dem Bereich. Und der Nachbar ist Elektriker, muss einen Meister machen, der das dann anschließt und unterzeichnet. Und er hat dir gesagt, ja, du hast ja schon stark Strom in der Garage liegen wegen deinem Schweißgerät. Dann muss ich einfach nur abklemmen, anklemmen, bla bla. Kostet unterm Strich 850 Euro. Da sagt die KfW, nee, das geht aber nicht. 850 Euro fördern wir nicht. Sie müssen auf 900 Euro kommen. 900 Euro eins. Ernsthaft, Leute. Das ist Deutschland. Das ist Deutschland 2021. Was hier abgeht, ist so irrational. Was macht der Bekannte? Hat zwei Möglichkeiten. Sagt zum Nachbarn, schreib einen teuren Stundensatz für dich auf, dass wir auf über 900 Euro kommen. Erste Möglichkeit. Zweite. Okay, ich nehme nicht diese Wallbox für 700 Euro. Ich nehme eine für 800. Das ist doch absolut lächerlich, Leute. Das ist dann wieder mal so absoluter Schwachsinn in diesem Behördenunsinn, der hier abgeht. Gucken wir uns jetzt an, warum ist das Ganze jetzt eingestellt worden, diese Förderung? Der Sinn war, bis zu eine Million Ladepunkte privat bei Haushalten zu etablieren, zu bekommen. Und das wurde hier mit 800 Millionen Euro gemacht. Und insgesamt sind ganz genau 825.000 gerundet Ladepunkte so aktuell hergestellt worden, beziehungsweise werden in den kommenden Monaten noch hergestellt, bis das Ganze durch ist. 825.000 Leute in Deutschland hatten also die Möglichkeit, jetzt durch unser aller Geld für 800 Millionen Euro sich eine Ladestation herzustellen. Und auch bei meinem Bekannten ist es so, der macht das, aber der hat kein Elektroauto. Der hat doch nicht vor sich eins zu kaufen. Aber der sagt, ja, das steigert und fördert den Wert des Hauses, wenn er es mal in den nächsten Jahren verkaufen sollte. Keine Argument hier, da ist auch eine Wallbox drin in der Garage. Das kannst du dir nicht ausdenken, was hier passiert. Das ist schon eine bodendose Frechheit, finde ich. Ja, aktuell, wie gesagt, ist das Förderprogramm Nummer 440 von der KfW damit eingestellt. Und es ist wohl auch ein voller Erfolg, wie es hier genannt wird. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken, was hier passiert, in was für eine Richtung sich das hier alles entwickelt mit unserer aller Steuergelder. Ich wurde nirgendwo irgendwie mal gefragt, findest du das denn sinnvoll, sollte sowas gemacht werden? Nö, über unsere Steuergelder, hör dir das, Nachbarkind wieder anscheinend, wird einfach so entschieden. Schreibt mal eure Meinung unten rein. Ich bin gespannt drauf, voraussichtlich, das noch als Hinweis, soll das Ganze auch nicht verlängert werden, nicht kurzfristig in die nächste Runde gehen. Ich bin gespannt, ob das vielleicht im halben oder in einem Jahr dann doch kommen wird. Mal gucken. Schreibt eure Meinung unten rein. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen und ciao.